Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von XCOM 2 War Seed Chosen bzw. dem Let's Play davon, wieder vergessen. Und ja, legen wir mal los hier und zwar müssen wir momentan das psionische Tor erforschen und auch noch eine Verbindung herstellen zum Kontakt hier. Und dann sind wir hoffentlich bald hier, ja, bereit. Ich mach's nur ungern. Aber du bist der Einzige, der das tun kann. Du weißt, dass ich es selbst tun würde, wenn ich könnte. Das Tor ist jetzt bereit. Ist das Subjekt soweit? Bereit. Ich habe Rover mit den Überresten des Kodex-Hirns verdrahtet. Er sollte das gleiche Signal ausstrahlen, mit dem der Kodex durch das Tor kam. Sehr gut. Fangen wir an. Wir haben gesehen, wie der Kodex einen ähnlichen Riss geöffnet hat. Ihrem Gerät wird nichts passieren. Los. Wir zeichnen über alle Spektren auf. Denk daran. Rein. Mach ein paar schnelle Messungen. Und dann wieder zurück. Okay? Boah. Sehen Sie das? Es scheint, als würde unser Signal empfangen. Erhöhe Energie. Sieht nicht wie ein Ort aus, an dem wir schon waren. Oder wie irgendein anderer Ort auf der Erde. Vielleicht ist das die Quelle. Sozusagen der Sitz der Macht der Aliens. Über alle physikalischen Grenzen gesichert. Nur ein Weg, das herauszufinden. Los. Wir zählen auf dich. Das ist auf keinen Fall gut, Doktor. Es hat funktioniert. Es gab einen Moment, als das Gerät zwischen den Orten war. Allerdings fragte das Tor dann nach einer zweiten Signatur. Einer organischen Signatur. Als wir die nicht liefern konnten, generierte es eine Art Resonanzimpuls. Offensichtlich. Wenn der Codex die Tür erzeugt, ist diese organische Signatur der Schlüssel. Wir müssen den richtigen Schlüssel finden, bevor wir es nochmal versuchen. Damit das hier nicht mit etwas Organischem passiert. Stimmt. Ich informiere sofort den Commander darüber. Wir sind nun bereit für die Autopsie des mächtigen Wesens, das wir geborgen haben, Commander. Ich spüre, dass wir an der Schwäche... Diese Kreatur ist die beinahe perfekte Fusion von Menschen und ältesten DNA. Diese Kreatur ist stark, scheint aber noch unfertig zu sein. Vielleicht konnten wir sie am Ende nur deswegen besiegen. Dennoch bleibt mir nur eine logische Schlussfolgerung. Wir hatten solche Hoffnung. Ich glaube, das hier ist unser Avatar. Uiuiuiuiui. Endspot, Leute. Endspot. Nicht mehr lange. Dann haben wir es geschafft. Da haben wir jetzt auch die Beförderung bekommen, die ich haben wollte für den Omega. Da ist die Soldatenbeförderung und da kriegt er dann entweder die Kondensatorentladung oder Genesung. Ich würde sagen Kondensatorentladung, aber ich habe mir überlegt, was ich... Habe ich neulich darüber nachgedacht, dass ich jetzt einfach mal hier bei den Fähigkeiten... Dass ich der eventuell noch was ausbilde zusätzlich, aber... Das geht, glaube ich, bei denen gar nicht so einfach. Da muss man sich dann immer entscheiden. Bei den anderen kann man ja irgendwie zusätzlich noch was dazukaufen. Bei den Fraktionseinheiten, das geht, glaube ich, mit den anderen nicht. Ja, ansonsten kann man hier, glaube ich, gerade nichts anwerben. Ich hätte mir sonst gerne noch was angeworben, aber... Ja, es gibt hier eigentlich gerade nichts, was ich unbedingt haben will. Sieben Tage, das wird alles sehr, sehr knapp. Und ich möchte eigentlich, dass die Leute so fit wie möglich sind, damit wir halt die letzten Missionen schnell machen können. Deswegen werde ich jetzt auch keine Widerstandsaktion machen. Wir brauchen es gerade auch nicht unbedingt, würde ich sagen. Wir machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ich höre sie laut und deutlich. Ups. So, den Doppelagenten haben wir jetzt auch. Und jetzt haben wir eigentlich fast alles, was wir brauchen. Den Kontakt hier in Afrika, der ist nicht interessant für mich. Avenger Energie ist auch nicht so doll. Haben wir irgendwie... Wo müssen wir schneller heilen gerade? Sonst gehen wir gleich da mal hin. Die Fraktionen haben Vorschläge für verschiedene verdeckte Einsätze gemacht. Wir sollten im Ringen unsere nächsten Schritte planen. Hm, ja, so viel Interessantes gibt es hier gerade gar nicht. Schneller bauen. Schneller heilen. Jetzt langsam sind wir soweit durch. Da haben wir alle Kontakte hergestellt und Co.K.G. Ich würde sagen, wir können die Avenger Energie noch mitnehmen. Aber... Avenger berechnet neuen Kurs. Commander, wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. Ja, chill mal. Was haben wir denn hier? Schnelle Feuerschutzschütze, vielen Advent-Zoldaten immer. Das ist ja schon fies. Ich würde sagen, Neu-Indien. Da haben wir einen Archon, Torwächter, Kodex, Sektoid. Allerdings keine... Ja, der Torwächter ist ziemlich widerlich. Bei allen drei Guerilla-Einsätzen... Ne, also... Ich würde sagen, die Schnellreflexe müssen weg. Die sind übel. Die Truppengröße ist bei diesem Einsatz auf drei Soldaten begrenzt. Das kannst du vergessen, ey. Mit drei Soldaten soll ich das hier... Ne, 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 ne. Das kannst du aber vergessen. Aber komplett. Hm. Wobei, was für eine Mission ist das? Erlange den Gegenstand vom Edwin-Fahrzeug. Pfff... Pfff... Ne, da geht einmal was schief. Ne, ne. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man einen Guerilla-Einsatz einfach ignoriert. Ich frage mal eben Dr. Google. Das kann ich nebenbei mal machen, weil ich weiß das gerade gar nicht, wenn man einen Guerilla-Einsatz, ähm... Ignoriert. So, sorry für den kleinen Cut, Leute, aber ich musste da mal eben kurz was nachschauen. Wir können jetzt eben kurz den Guerilla-Einsatz mal skippen. Ich hab gehört, beziehungsweise gesehen, dass das okay ist. Das kann man machen. Wenn man mit den Konsequenzen leben kann. Und ich kann damit leben, ich will weitermachen. Ich bin fast im Endgame. In dem Moment ist es unsere einzige Option. Stimmt. Wir müssen den Commander sofort informieren. Dann mal los. Commander. Central. Die Schattenkammer hat die Analyse der DNA des Avatars abgeschlossen. Sie hat die genetische Sequenz identifiziert, die nötig ist, um das psionische Tor zu durchqueren. Perfekt. Wir können dieses Avatar-Projekt endlich ein für alle Mal beenden. Allerdings erfordert das Tor mehr als eine Übertragung genetischer Daten. Die Sequenz muss Teil eines lebenden Subjekts sein. Der Schlüssel funktioniert nur zusammen mit dem Signal. Wir haben keine Zeit, um noch eins dieser Dinger zu suchen. Oder gar zu fangen. Nein. Den Teil kriegen wir hin. Wir machen unseren eigenen. Ist das hier ernst? Ja. Auch wenn dieses Exemplar irreparabel beschädigt ist, liefert es uns seinen vollständigen genetischen Bauplan. Wir verfügen bereits über eine unveränderte Avatar-Vorlage aus der Schmiede. Zusammen mit dem Genmaterial aus der Geheimeinrichtung. Sollten wir die Prozedur hier vor Ort replizieren können. Und wo ist der Haken? Tja. Nun. Ohne ein ältesten Bewusstsein, denke ich, bliebe auch der neue Avatar so leblos wie das Exemplar vor uns. Ich kann zwar einen Körper erschaffen, aber nicht den dazugehörigen Geist. Ich kann es. Irgendwie. Ich manipuliere den neuen Avatar über das psionische Netzwerk. Sie wollen also eins von diesen Dingern fernsteuern? Nicht direkt. Und ganz sicher nicht ich. Eine direkte Verbindung mit Ihrem Netzwerk würde ein ernstes, wenn nicht sogar tödliches Trauma im zentralen Nervensystem verursachen. Wie es aussieht, kennen wir nur ein Individuum, das sowas in der Art überlebt hat. Das war was anderes. Der Stasis-Einzug hat die perfekte Verbindung zum Netzwerk hergestellt. Eine, die auf Ihre Biologie zugeschnitten war, Commander. Von allen Kandidaten werden Sie die Verbindung am ehesten überleben können. Am ehesten ist nicht gut genug, Doktor. Das ist die einzige Antwort, die ich habe. Und unsere einzige Chance zur Durchquerung des Portals. Wir brauchen einen Plan, bevor wir durch die Haustür des Feindes stürmen. Das verschafft Ihnen Zeit, darüber nachzudenken, Commander. Dieses Exemplar, dieses Wesen, ist völlig anders und viel stärker entwickelt als alles, was wir je gesehen haben. Und dennoch haben unsere Soldaten irgendwie wieder gewonnen. Hm. Jetzt geht's los, ja. Prioritätsnachricht für den Commander über einen sicheren Kanal, Sir. Auf den Schirm. Sir, Sie stammt vom Advent-Netzwerk-Turm. Sie haben mich gehört. Er geht damit ein verdammt großes Risiko ein. Hallo, Commander. Ich muss Sie und Ihre Mannschaft loben. Ihre Bemühungen, das Widerstandsnetzwerk aufzubauen und die Wahrheit über das Avatar-Projekt aufzudecken, sind bewundernswert. Ich habe leider keine guten Nachrichten. Wann hat er die je? Advent nimmt den Tod eines Ältesten nicht so leicht hin und hat die letzten Phasen des Avatar-Projekts beschleunigt. Sie planen nun die schnelle Verarbeitung allen überflüssigen menschlichen Lebens. Sie haben bereits damit begonnen. Der Advent-Redner wird bald einen Durchbruch in der Gentherapie verkünden. Eine letzte Behandlung für die Verfassung der Menschen. Milliarden werden die Kliniken aufsuchen. Sie kommen nie zurück. Ich konnte taktische Daten und Zugangscodes zum Advent-Netzwerk-Turm besorgen. Die Ansprache des Redners wird über diese Einrichtung weltweit ausgestrahlt werden. Das gesamte Advent-Netzwerk wird zuhören. Wir müssen diese Arroganz gegen sie einsetzen. Meine Informationen sollten es Dr. Taigen und Chef-Ingenieurin Shen ermöglichen, die Kontrolle über die Übertragung zu übernehmen und ihr gesamtes Netzwerk von innen zu stören. Obwohl ich hoffe, dass diese Störung die feindlichen Truppen lange genug verwirrt, damit ihr letzter Angriff ein Erfolg wird, habe ich noch eine Bitte an Sie. Nehmen Sie Ihre Informationen. Sagen Sie der Welt, was hier passiert. Wecken Sie sie auf. Verkünden Sie die Wahrheit. Bevor niemand mehr übrig ist, der zuhören kann. Uns beiden scheinen die Zeit auszugehen. Leben Sie wohl, Kommand. Finde ich ja so verdammt geil inszeniert, ne? So verdammt geil. So, und ich muss mal kurz gucken, wie lange die andere Episode ging, weil ich musste ja einen kleinen Cut machen. Ähm, ach okay, 10, 15, okay. Ja, dann ist in der Episode leider nicht so viel passiert, aber in der nächsten werden wir dann den Advent-Netzwerkturm machen und wahrscheinlich wird dann auch bald die letzte Episode anlaufen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt hier. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und in der nächsten Folge werden wir dann hier die Mission hier anfangen. Also, bis dennne, ich wünsche euch was und tschüdelü.